Hello and welcome to nose wax kit using for dummies. Das ist so dumm, das ist so dumm, warum mache ich das? Ich kann es mir doch selber aussuchen. Ich habe jetzt schon richtig viele Videos darüber gesehen und jetzt habe ich mir gedacht, probiere ich das auch einfach mal. Also würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Put the wax in the paper cut at 60 ml hot water. Ok, das kriegen wir hin. Heißes Wasser? Check. Ich muss den da rein. Damit man sich den Bart nicht weg macht, kriegt man den Bart. Mamma mia. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Sind das eigentlich Hühlenasenhaare? Das ist so dumm, das ist so. Dumm, das ist so, dumm, das ist so. Den ersten haben wir drin, dann kann man den zweiten auch reinmachen, oder? Das ist so. Unfassbar. Oh mein Gott. Heißen mir, Mario. Das muss so aussehen und das muss hier unten auch so runterhängen. Das ist wichtig. Oh mein Gott. Ok. Eins, zwei. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den zweiten einfach drin zu lassen. Ich werde damit jetzt leben. Ich werde mich jetzt für immer so sehen. Also ich habe jetzt immer diesen Start da drin, weil das, das ist, das, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Ok, der zweite muss doch raus. Ich kann damit ja nicht so. Eins, zwei. Oh mein Gott. Wie kann man das denn freiwillig? Das ist so. Ich zeig's euch. Oh. Ich kann euch die Städte nicht zeigen. Das ist so. Wenn ihr sie doch sehen wollt, dann schreibt es rein. Aber schon komisch, oder? Oh mein Gott. Und jetzt, danke dir, dass du diesen sehr informativen Video gesehen hast. Have a nice day. See you.